Portal-Tage-Challenge war der Begriff, der mir eingefallen ist, als ich gesehen habe, dass wir im Oktober 2024 wieder mal, was sehr selten ist, zehn Tage aneinander haben. Zehn Portal-Tage am Stück. Das ist so rar. Da machen wir doch was Schönes draus. Ich glaube nämlich, dass Veränderung schon eine Form von Kontinuität braucht und demzufolge haben wir uns da was überlegt. Also, was? Erzähle ich dir in diesem Video, was, wie, wie viel kostet's und überhaupt. Also, vom 21. Oktober bis zum 30. Oktober 2024 sind Portal-Tage. Wie gesagt, zehn am Stück. Das ist was ganz Besonderes. Portal-Tage nennen sich so, weil es heißt, dass da einfach zum Beispiel die Sternenkonstellationen, also das Universum, ein bisschen andere Energien freisetzt. Es kann sowohl so sein, dass man sagt, mir geht's total gut oder auch, ich bin so traurig. Ich bin damals draufgekommen, weil bei mir so paar Tage aneinander so komplett anders, als ich es gewöhnt bin, waren. Ich war traurig und hatte null Antrieb und mir war der Begriff Portal-Tage vorher schon bekannt, aber ich dachte mir, ich muss nicht überall mitmachen. Und dann bin ich irgendwie draufgekommen, dass oft alles, was ich mich an dem jeweiligen Tag gefühlt habe, auch eine Tendenz, eine Schwingung des Portal-Tages war. Und seitdem befasse ich mich ein bisschen mit. Wichtig ist, große Botschaft der Klarheit, mach das nicht dogmatisch. Es ist nicht, weil der Portal-Tag das ausstrahlt, musst du dich jetzt gut oder schlecht fühlen, sondern nimm es einfach so als Schwingungsfreude, möchte ich mal sagen. Und darum geht es mir auch in dem, was ich tun möchte. Nämlich, habe ich schon mal und es kam wundervoll an. Und demzufolge war die Idee, schnell auf der Welt zu diesen Portal-Tagen auch wieder eine Challenge zu machen. Was ist denn für dich jetzt die Herausforderung? Gar keine. Die Challenge kostet dich nichts, außer du sagst, Lesen ist nicht so dein Ding, Nichtstun ist nicht so dein Ding, Nichtsbezahlen ist nicht so dein Ding. Ja, dann ist die Portal-Tage-Challenge bei mir nichts für dich. Wenn du sagst, zum Newsletter anmelden, einfach nur lesen, Impulse bekommen und nicht mal was dafür bezahlen. Und dann, coole Idee, ja dann empfehle ich dir, dich zeitnah bei der Klarheitspost einzutragen, dich anzumelden. Ist wie gesagt gratis. Ach übrigens, es gibt sogar noch eine Meditation von mir mit meiner Stimme mit dazu. Das bedeutet, du bekommst sowieso grundsätzlich Samstagvormittag um sieben meine Gedanken. Manchmal gibt es auch einen Sonder-Newsletter, wo ich dann denke, okay, da habe ich was Extriges mitzuteilen, vielleicht auch eine Aktion oder etwas, was ich für total wichtig erachte. Plus der Newsletter ist am nächsten an mir dran, weil da kann niemand mal irgendwie reinradieren, sondern es kommt von mir zu den Menschen, die zu mir passen, zu denen ich passe und die auch wissen, dass das immer was ganz Besonderes ist, diesen Newsletter zu bekommen, weil natürlich haben wir so eine Fülle an Infos, dass es da nicht noch mehr braucht. Und genau deshalb wähle ich sehr genau aus, auch in meiner Lebenszeit. Und ich bin mir sicher, dass wenn du feststellst, dein Leben ist manchmal nicht so, wie du es dir wünschst oder du hättest gerne Veränderung, aber irgendwie ist es so fünf Schritte vor, aber auch wieder vier gefühlt zurück und es geht irgendwie nicht so richtig in den Fluss rein. Zehn Portaltage am Stück sind die perfekte Zeit dafür, plus in einer Begleitung gleich am Morgen ein Newsletter zu bekommen, den liest du dann, wann es für dich passt. Wenn es nicht für dich passt, lässt du halt einfach mal einen Tag aus, auch gut, und bist dann wieder dabei. Ich habe einfach die Intention, dass wir ganz bewusst zehn Tage gemeinsam verbringen, wo an jedem Morgen zur selben Uhrzeit ein Impulsregen auf dich zukommt, damit du den Tag als auch die ganzen Portaltage wundervoll erleben kannst. Und, was für mich das optimale Ziel wäre, wenn du danach sagst, ja, das hat wirklich einen Wandel in meinem Leben bewirkt, mir geht es jetzt besser, ich fühle mich gesünder, leichter, glücklicher in den großen Aspekten des Lebens, wie zum Beispiel mit sich selber, Partnerschaft, Wohnen, Beruf, ist es auch besser geworden, dann freue ich mich da sehr darüber. Und darum mache ich das sehr gerne für uns. Alles Liebe, deine Frau Klarheit und dann freue ich mich da sehr gerne für uns.